Ich schaff, die Uhr ist zur Hälfte leer, äh, ja und jetzt? Sollen wir uns diese Uhr nochmal angucken oder was? Ach, kommt schon. Oh. Sicher, dass ich da jetzt nochmal hin soll zur Sanduhr? Nein. Ich hab nämlich leider immer noch eine Aufgabe. Aktiviere nämlich den zweiten Turm. Und wir haben den Turm vom Garten aus erscheinbar immer noch nicht aktiviert, wo ich mich frage, warum eigentlich nicht? Oh, schon wieder zu früh. Ähm, da, nachdem, also erst mal trinken ist, glaube ich, schon mal keine blöde Idee. Okay. Diese Kalina-Sequenz kam jetzt nur, weil... Warum heißt jetzt das Ding der zweite Turm? Heißt es der zweite Turm, weil ich den zweiten Turm machen muss? Ja, ne? Weil in der Questbeschreibung steht ja, ich muss jetzt den anderen noch machen. Aber bei dem anderen waren wir da nicht schon eigentlich komplett fertig? Was hatten wir denn da noch nicht gemacht? Ich hätte schwören können, wir waren mit dem zweiten Turm fertig. Oder gab's irgendwas, was wir noch nicht gemacht hatten, weil wir vielleicht nicht weiter wussten? Oh, das sind Fragen über Fragen. Das Schlimme ist... Selbst wenn ich den zweiten Turm jetzt noch mache... Wo waren wir da stehen geblieben? Was genau ist der Grund, warum wir nicht fertig geworden sind und so eine Scheiße? Das wird interessant. Da oben war ein Artwork. Was ist, wenn ich da langgehe? Nichts. Okay. Oh, wie stark das Löwenschwert ist. Okay. Ach, scheiße. Ja, ich muss was im Garten vergessen haben, aber halt was? Das wird jetzt, äh... Richtig blöde Geschichte. Oh, da musste ich... Naja. Okay, da musste ich die Zeit anhalten. Also, ich bin mir auch sicher, dass wir den Garten fast komplett abgeschlossen haben. Also, da kann nicht viel fehlen. Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir das aber alles nochmal machen. Die Frage ist nur, ob ich sehen werde, wo ich jetzt letztendlich hin muss beim Garten. Das macht mir ein bisschen Angst. Oh, ich hoffe, das war nicht zu spät. Oh, das war zu spät, oder? Scheiße. Das war zu spät. Ich hoffe, ich kriege irgendeine grobe Richtung. Was zu tun ist. Sonst werden wir gefangen sein. Nein! Jetzt habe ich keinen Rewind mehr. Witzig. Ach, da unten waren welche, ne? Wäre ja auch blöd sonst. Und los geht's! Diesmal hat's geklappt. So, schauen wir mal, was wir im Garten vergessen haben. Wahrscheinlich haben wir einfach nur vergessen, auf die Aktivierung zu drücken oder sowas. Wir sind in der Zeit, wo der Garten quasi noch schön ist. Beziehungsweise wieder schön ist. Weil das ist ja jetzt Gegenwart, ne? Genau. Wollte mir jetzt eigentlich mal die Superattacke angucken. Aber hier drüben waren ja auch noch Gegner, oder? Oh ne, die waren alle schon da. So, unsere große Frage. Was? Jetzt? Wo lang? Das langweilt mich. Ich befürchte leider. Warte mal, vielleicht müssen wir... Was war denn hier hinten? Haben wir da vielleicht irgendwie was vergessen? Weil wir haben ja eigentlich beide Seiten in jedem Ding aufgemacht, oder nicht? Sind wir vielleicht hier einfach nie reingegangen? Wollen wir das vergessen, oder so? Würde ich ja lachen, wenn ich das einfach vergessen hätte. Halte ich jetzt tatsächlich gar nicht für so unwahrscheinlich. Weil die... Wir haben es doch geschafft, dass beide Statuen sich gesenkt haben. Das muss ja auch irgendwas bewirkt haben. Also da... Muss das nicht bewirkt haben, dass dieser Raum hier aufgegangen ist? Sind wir da vielleicht gar nicht langgegangen? Ach nein. Hier konnte ich nur die Zeit wieder umdrehen. Ja, und in welcher Zeitform muss ich jetzt sein, um den Rest hier zu machen? Oh Gott. Ja, wenn man das jetzt wüsste, wa? So, jetzt wären wir wieder Vergangenheit. Da, wo alles noch verwuchert war. Oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Wir sind immer noch nicht tot. Oh Gott. Oh, come on. Henker! Okay, hab ich mal genügend Gegner getötet. Wie der noch redet, ist mir ein Rätsel. Aber okay. Die Statuen haben sich gesenkt. Weil man halt echt nicht weiß, in welcher Zeitphase man da war, finde ich, ist man ganz schön verloren. Das war im Übrigen jetzt diese super Attacke, die er da macht. Und dieser Sprung scheint auch neu zu sein. So. Hier waren die Gärten noch überwuchert. Dieser Schwächling glaubt wohl, er könne uns aufhören. Es scheint, als habe die Vegetation diesen Teil des Turms für sich erhobert. Er ist völlig überwuchert. Genau. Und das hatte er damals auch schon gesagt. Und dann haben wir da irgendwie wohl nicht weitergemacht. Warum auch immer nicht. Und durch die Vegetation muss jetzt irgendwie ein Weg gewesen sein, der sich neu geebnet hat. Ich frage mich, warum wir aber dann umgedreht sind und den zweiten Turm angefangen haben. Irgendwas muss ja jetzt möglich sein, was vorher nicht möglich war. Hm. Ich meine nämlich, wir waren hier so oft in dem Gebiet. Nee, hier ging's nur zu... Da kamen wir wieder zurück. Da ging's... Boah, ist das verwirrend, ey. Hätte man wohl besser am Stück gemacht, wa? Aber was machen wir denn jetzt hier? Ich seh hier überhaupt gar keine Möglichkeit, dass man irgendwas machen kann. Kann es sein, dass wir zurückgegangen sind zu dem anderen Turm, weil wir nicht wussten, was wir hier tun sollten? Ist das eine Möglichkeit? Denn ich weiß nämlich immer noch nicht, was ich hier machen soll. Und ich vielleicht mal hier lang? Weil, kannst du dich da nicht festhalten? Nicht? Okay, hier lang geht's nicht. Hier ist nichts zum Festhalten. Prinz. Ich gehe nicht davon aus, dass noch einer eine Ahnung von euch hat, was genau wir als nächstes machen müssen. Was der nächste Schritt war, auf unserer Ebene zum zweiten Turm, den zu aktivieren. Wenn jetzt das alles überwuchert, ja und dann... Ansonsten wird's, äh, sehr kritisch. Wie soll ich da drauf kommen? Nachdem ich auch keinerlei... Erinnerung mehr dran habe, was der nächste Schritt war oder sein sollte. Ich krieg auch keinen anderen Hinweis, außer, yo, es ist alles überwuchert. Toll. Das seh ich auch. Wie wär's mit nem nützlichen Hinweis, lieber Prinz? Was unser nächster Schritt ist? Du kannst ja auch nirgends drauf oder dich bewegen. Die kaputt machen, weil ich ja wohl auch kaum was müssen. Wie wär's mit nem nützlichen Hinweis. Wie wär's mit nem nützlichen Hinweis. Wie wär's mit dem Hinweis. Wie wär's mit Hinweis. Wie wär's mit Hinweis.